Erstmal wieder hier auf diese Störung klarkommen, weil das ja so total dummes Pfeiltasten benutzen, aber auch Maus. Das ist ja eins, worauf ich, also da kriege ich ja immer massive Aggressionen. Genau, Ellie schreckt gerade vor, dass eine spontane Bestrafung, wenn durch Fluche, da bitte mal jetzt Vorschläge, was für eine Bestrafung das denn wäre. Ähm, weil sonst, also nicht zu fluchen bei dem Spiel, das ist schon, das ist schon eine ziemlich harte Herausforderung. Ich habe jetzt sonst nicht mal Ahnung, was ich machen muss, oder? Habe ich eine Ahnung, was ich machen muss? Ich glaube, ich muss zur Frau, Frau Doktor, Frau Doktor Metzger! Hui! Ha! Uiuiui! Kann ich da, wenn ich jetzt vielleicht da rein könnte? Ja? Pferd? Wie wäre es? Ah ja, okay. Oh, was war das? Okay. Ich bin drin und mein Pferd ist auch eingesperrt. Wieso kann ich nicht laufen? Ich kann mich nur drehen. La Cota! Und Maya! Ah ja, ich kann schon laufen. Guck mal, was macht sie denn da für komische? Hallo, Frau Metzger, ich wäre dann wieder da. Wie, wie, was, wie läuft das Geschäft? Ja, ich habe die Flasche mit den Chemikalien aus dem Sägewerk untersucht. Das ist wirklich die Ursache für die Krankheit. Okay. Wir haben im Internet gesucht und ein Medikament gefunden. Die Basis dieses Elixiers ist eine Wurzel, die man hier problemlos finden kann. Es geht darum, dass halt eben in der Holzfabrik Sachen hergestellt wurden und diese Tinktur irgendwie die Pferde vergiftet hat. Das war in der letzten Episode. Also wer es nicht gesehen hat, kann das jetzt natürlich nicht wissen, aber darum ging es. Annika meint, dass Okotok ganz wild auf diese Wurzel ist. Okotok. Das würde seine schnelle Genesung erklären. Sie sagt auch, dass es beim steinernden Menschen ganz viele dieser Wurzeln gibt. Wer ist der steinerne Mensch? Lisa, können Sie Okotok nehmen, damit er Sie hinführt und mir so viele Wurzeln wie möglich bringen? Als würde das Pferd das auch von alleine wissen, wo diese komische Pflanze wächst. Ach, komm. Du musst den steinernden Menschen in weniger als sieben Minuten erreichen. Er ist immer an irgendeinem Zeitlimit gebunden in diesem Spiel. Dieser permanente Stress ist wirklich unfassbar. Komm schon, Okotok. Wir haben nur sieben Minuten und du hast deinen so schönen Namen. Das muss ich unbedingt ausnutzen. So. Aufsteigen. Und nein, ich habe keinen Zitronensaft oder Liebettensaft oder so. Ich bin schlecht vorbereitet für Bestrafungen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das hat Perky sehr gut gemacht. So. Wir müssen mit unserem Freund, unserem lieben Freund Okotok, den wir alle so sehr schätzen, wegen seinem Namen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es Nacht ist? Guck mal, das Spiel ist nachts deutlich, ähm, deutlich genauso hässlich wie tags. Aber irgendwie nicht ganz so hässlich, weil sie es gar nicht versuchen, oder? Nachts ist einfach nur dunkel. Also klar, es ist hässlich wie, wie so ein, wie so ein Nacktmull. Aber, ist das Schnee? Das sind Schneegeräusche. So klingt Schnee. Also so klingt das, wenn man über Schnee reitet. Wenn ihr andere Meinung seid, habt ihr keine Ahnung. Denn so klingt das in Wirklichkeit. Wo zur Hölle muss ich hin? Ach, da vorne ist dieses komische Ding. Und gleich erfahrt ihr nochmal, wie es klingt, wenn man über Schnee reitet. Ah, ah, dieser Pfeil zeigt mir nicht mein Ziel an, sondern den nächsten Checkpoint. Ist das korrekt, ja? Das war mir bisher nicht klar. War das schon immer so? Ich glaube nicht, ne? Was ist eigentlich das hier? Was ist, wenn ich den so mache? Ach, dein Pferd kennt diese Figur nicht. Oh Gott, was war jetzt? Ist das Pferd voll eingesunken in dem Schnee? Nee, oder? Aber geiles Geräusch schon. Also haben sie sich schon richtig viel Mühe gegeben, die Herren Entwickler. Nicht. Aber sie haben es versucht zumindest. Auch nicht. Aber sie hätten es versuchen können. Ja, ja. Sie hätten es können. Sie hätten, würden, könnten, dürften, Konjunktiv. Aber so nicht. Sie taten es nicht. Nein, sie haben sich gedacht. Ach, komm schon. Für was ein Spiel zu Ende bauen. Ja? Wir haben keinen Bock mehr auf den Scheiß. Sollen die doch ihre Kackspiele selber spielen. Und ist Kackspiel schon geflucht? Das ist ja schon wieder hart an die Grenze. Das muss ich mir dann alles irgendwie notieren. Die Ellie, die sucht sich bestimmt irgendwelche Bestrafungen für mich aus, die ich dann, die ich dann challengen muss oder sowas. Bei den Temperaturen wäre mir zum Beispiel eine Ice Bucket Challenge ganz genehm. Durch den Wald, da habe ich jetzt schon ein bisschen Panik davor. Da habe ich schon sehr viel Panik, ehrlich gesagt. Wenn da jetzt irgend so ein Wehrwolf kommt oder so und versucht Okotok zu fressen. Oder Lisa. Das wäre ja tragisch. Die arme Lisa. Der arme Okotok. Der arme, schöne Name. Da muss ich dann das nächste Pferd Okotok V2 nennen. Nee, V2 ist ein bisschen verhängnisvoll. Oder Okotok. 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 Wie heißt der? Okotok 2.0. Das ist der Stein-Dingsmann. Der Mann auch Stein. Ist das so? Ja. Mission gewonnen. Ich bin der geilste. Ähm. Äh. Du musst in weniger. Ich muss in weniger als sieben Minuten fünf Wurzeln sammeln. Oh, da kommt noch Musik. Was ist das? Was ist das jetzt? Hey, langsam. Du darfst die nicht fressen. Die sind für deine Kumpel. Was? 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 Was ist denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Hallo? Ich kann nichts machen. Ok. Hallo? Ich mach mal gar nichts, ok? Was macht denn das Pferd? Kann ich jetzt Gas geben? Kann ich irgendwie absteigen? Ich kann nichts machen. Ah, jetzt. Was war denn nun? Was ist denn das jetzt hier? Hey, langsam. Aufhören. Du darfst die nicht fressen. Die sind für deine Kumpel. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Punkte fünf von... Null von fünf. Ähm. Hallo? Das Pferd spackt irgendwie ab. Da ist so ein komischer Kreis aus der Hölle, der hier irgendwie durch die Gegend läuft. Ich kann nichts drücken. Und es passiert irgendwie nichts. Dieser dämonische Zirkel verfolgt mich in meinen Träumen. Manchmal kann ich nachts nicht schlafen vor lauter Hass. Ich hasse dieses Spiel so sehr, dass ich nachts teilweise nicht schlafen kann. Oh, guck mal. Jetzt hab ich den Ring gefangen. Gott, bin ich crazy. Leidens ist er mir abhandengekommen. Was muss ich denn machen? Verdammt normal. Ring, komm her, du. Komm her, du Ring, du. Hau auf jetzt. Was ist mit dir los? Was muss ich mit dem Ring machen? Was ist das für ein Spiel? Was? Wenn mir halt ein Mensch mal irgendwie sagen würde... Komm, was soll ich jetzt mit diesem blöden Ring? Jetzt hab ich ihn da. Dann verliert man ihn wieder. Ja, schau mal. Der bewegt sich von alleine weiter. Ich kann ihn immer nur so wieder einfangen. Und dann irgendwie geht er mir wieder... Gleitet er mir wieder aus der Hand. Gleitet. Und dann ist er weg. Was zur Hölle? Ach Gott. Ich hab ne Flasche Tabasco hier auf meinem Tisch stehen. Gott. Das hätt ich nicht sagen sollen, oder? Verdammt nochmal. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn machen mit diesem blöden... Was soll ich denn? Ich hab keine Ahnung. Ich soll irgendwelche Gewürze sammeln, na? Oder Wurzeln, oder was? Das sind wahrscheinlich diese grünen, die da rumstehen, oder? Ich hab doch keinen Plan. Oh Gott. Ich weiß es nicht. Ich geb's auf. Ich glaub, ich geb's auf. Guck mal, ich muss irgendwas mit dem Kreis da. Mit dem Kreis kann ich jetzt neulich lenken, ja? Und dann bleibt das Pferd stehen. Ich hab doch keine Ahnung. Moment, oder sag mir das Pferd, wo es langlaufen muss, oder? Hey, langsam. Du darfst die nicht fressen. Wir sind für deine Kumpel. Ich mach doch gar nix. Was soll das? Ich hab noch drei Minuten und hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ich hab, ich hab keinen Plan. Ich hab überhaupt keinen Plan. Elli fragt gerade, ob ich Tabasco mag, oder ob ich's scharf finde. Ja, ich mag's ja, weil's so scharf ist. Aber ich, ich würd's ja nicht so irgendwie pur. Also ich hau mir dann immer nur so ganz, ganz kleine Dinger irgendwo rein. Weil das halt schon ab und zu mal ganz geil ist. Aber wir müssen's ja jetzt nicht übertreiben. So, kann ich jetzt mal ein bisschen wissen, was ich hier machen soll? Guck mal, guck mal, das macht der von ganz alleine. Jetzt hab ich mich um die eigene Achse gedreht und jetzt frisst der wieder hier diesen blöden Scheiß. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich hab noch zwei Minuten. Ich hatte sieben. Wir haben jetzt schon fünf Minuten vertrödelt für nichts. Für nichts. Für absolut gar nichts. Ich hake jetzt gleich irgendwas hoch. Warum, warum gibt es in dem Spiel dann nicht einmal irgendwie so ein Tutorial? Weil ich mein, wenn's eine normale Steuerung wär mit, okay, du reitest auf den Pfeiltasten und mit deiner Maus lenkst du. Alles klar, okay, kann ich, ja, überhaupt kein Problem. Aber, dass dann auf einmal irgendwie so ein dämonischer Kreiszirkel kommt, der hier so schwul durch das Bild durchbrummelt. Und da oben sind dann irgendwelche komischen... Was schreckt das? Hey, langsam, du darfst die nicht fressen. Ich hab doch gar nichts gedrückt. Was soll das? Es gibt es doch nichts. Das gibt es einfach nicht. Ich kann ja nichts machen. Ich kann ja nur hier sitzen und dem Kreis zugucken, wie er da so verdächtig um mein Pferd herum streunert. Und das Pferd macht irgendwas. Ich weiß nicht, was es macht. Und sie scheint anscheinend das Pferd zu kraulen. Innerlich, weil sie da durch den Hals durchfasst. Was passiert hier gerade? Ich weiß nicht, wieso dauert das dann immer vier Minuten, bis ich hier wieder irgendwas machen kann? Kann ich jetzt bitte weiterreiten? Lisa, Okotok, bei aller Liebe, aber es reicht. Irgendwo ist Schluss. Verdammt nochmal. Ah. Ah, Jesus Christus. Könnte ich jetzt... Herr Okotok. Lieber Herr Okotok. Ich weiß, ich habe mich über ihren Namen lustig gemacht, aber mittlerweile möchte ich dann doch gerne ordentlich weitermachen. Herr Okotok. Wenn das okay für sie wäre. Vielleicht ist Okotok auch ein Mädchen. Aber dann würde sie ja Okotik heißen oder Okotokine. Ach, es geht weiter. Ah, sieh an, sieh an. Wie schön. Und der Pfeil ist, der Kreis ist weg. Guck mal, jetzt ist der Kreis weg. Das ist ja praktisch. Wohin ist er denn? Wohin ist er gegangen? Dann fährt kann diese Figur nicht. Aha. Ewig. Oh. Was? Ah, das ist die... Aha. So, das heißt, ich bin in der Nähe von dem richtigen Gewürz. Oder was? Von dem richtigen Ding. Und oben dieses... Nein. Ich will das Pferd nicht rückwärts richten. Wer fährst du? Enter? M? Ich hab... Ich weiß nicht. Ich hab doch keine Ahnung, was ich hier zu tun hab. Was ist denn los? Was ist denn los? Okotok? Was müssen wir tun? Dann hilf mir doch, Okotok. Mission verloren. Zeitlimit überschritten. Ja, komisch. Missionen erneut spielen. Komm, wir spielen die Mission erneut. Wir lesen das jetzt mal ganz. Okotoks Appetit könnte die Rettung aller Pferde bedeuten. Durchstreift aufmerksam das Gebiet. Und wenn die Symbole für den Appetit des Pferdes zunehmen, bedeutet das, dass du auf der richtigen Pflanze auf der Spur bist. Lass dein Pferd dann selbstständig weitergehen. Ah! Pass aber auf, dass es nicht gleich aufrüst. Ja, wie soll ich denn das machen? Folge dazu mit deinem Zeiger den Bereich, der erscheint, um die Kontrolle wieder zu nehmen. Suche dann... Ok, ok. Folge dann? Vielleicht hätte ich es erst mal lesen sollen. Hm. Folge dazu mit dem Zeiger, den Bereich, der erscheint. Ok, also wir reiten. Da war es ja schon. Ist das das? Da ja. Ok, da müssen wir... Hey, langsam. Du darfst die nicht fressen. Die sind für deine Kumpel. Ok. 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 Oh, wow. Ok, crazy. Du bist so schnell lecker, Maul. Ich brauch die noch. Aber wenn ich... Also wenn ich halt... Ich hätte halt lesen sollen. Ich hätte eindeutig lesen sollen. Ok, Tok. Was mach ich denn mit dir, hä? Du komisches... Ich wollte schon Kackvieh sagen, aber das hab ich Gott sei Dank gelassen. Aber ich hätte sagen können... Hey du, die sind nicht für dich. Ok, Tok. Na du. Du süßes Tierchen. Ah, du altes Fleischverwertungsgemütend. Das ist ja... Also... Long story short. Ok, Tok kommt früher oder später zum Metzger. Also zur Frau Metzger. Nicht das, was ihr denkt, sondern zur Frau, doch der Metzger. Der Ok, Tok. Vielleicht auch irgendwann zu einem anderen Metzger, aber... Nein, lässt du die wohl? Das ist ein anderes Spiel. Da spielen wir dann den Pferde-Metzger-Simulator. Weiß nicht, ob ihr das sehen wollt. Glaube ich nicht. Gibt's einen Metzger-Simulator? Das wäre schon ein bisschen lustig, oder? So, jetzt dürfte ich genug haben. Nein, ist lustig? Ok. Dann lasse ich das. Metzger-Simulator 2015? Nein. Jetzt erst recht. Noch blutiger. Dann gibt's dann auch halt den für den... Für die... Nicht-Fleisch-Esser. Also für die Vegetarier und Veganer. Gibt's dann auch den Gemüse-Simulator. Dieser Lärm gefällt mir gar nicht. Dieser Lärm... Boah. Jesus Christus. Ganz ruhig. Wir bleiben nicht lange hier. Boah, das ist so ein teuflischer Wolf. Oh Gott. Boah. Schnell weg. Was ist denn los mit der Wildnis-Tieren hier? Mit der Wildlife-Stuff? Boah, wir haben uns voll ausgetrickst. Schau mal. Oh Gott. Das frisst Okotok. Keine Fuß ist da hoch. Jesus Christus. Oh Gott. Okotok hat schon die abste Bissspuren am... Am... ...Bein. Im... Also da... Dingenskirchen-Zeit. Na da, wo... Schuss. Oh, geht's schon ein ganzes Rudel? Was machen diese teuflischen Terrorwölfe hier? Keine, ich hab' ich keine... Wieso hab' ich keine Schrotfläche dabei? Dem dachten überall irgendwelche Waffen. Oh Gott, ganz gut. Jetzt geht's zurück. Jetzt geht's zurück? Alter, ich würd mir vielleicht vielleicht irgendwie einfach flüchten vor diesen Wölfen. Kann mir mal bitte jemand helfen? Hallo? Hallo? Der ist angefangen vor einem... Der Okotok ist tot. Wird kaputt. Nee, doch nicht. Okotok, kannst du kein Karate? Mach doch mal den Okotokokik. Den Okotokik. Nein, Okotok. Den Okokik. Das da wird man Logopäde, wenn man das spielt. Geherrscht. Okotok und Okotokokik. Malamala. Malamala. Hier, rechts lang oder wo? Ich hab' keiner... Diese blöde Kameraperspektive ist halt so dumm von oben, dass ich halt nicht sehe, wohin ich reite. Warum macht man sowas? Ich hab' ja keinen Plan, was hier gerade passiert. Guck mal, ich mach' starken Galopp. Das ist halt schon geil. Päcki ist eiskalt, während er flüchtet, macht er easy nochmal starken Galopp. Kein Problem für mich. Das ist so meine leichteste Übung. Na, guck mal her. Guck mal easy hier. Mach' ich nochmal in den mal starken Galopp, ne? Muss halt dem Wolf zeigen, wie ich stark bin. Und da hilft halt nur der starken Galopp, ne? Sonst hat gar nichts. Ich hab' keine Ahnung. Ich kann's hier geradeaus weiter, oder was? Da hört der Weg auf einmal auf. Kann der Wolf jetzt vielleicht mal von mir ablassen? Das ist ja unsäglich. Geht ja gar nicht, ey. Was ist denn los? Was ist denn los hier? Da geht's weiter. Hab' ich sie jetzt abgeschüttelt? Nein. Was ist denn, warum ist das alles rot? Oder nicht Okotok? Jesus Christus. Oh Gott, das geht ab. Meine Güte. Da wird er zerfleischt. Aber guck mal, Okotok ist anscheinend unsterblich, wenn ich das gewusst hätte. Das ist, äh, da hätte ich einiges anders gemacht. Da würde ich hier immer Okotok nehmen. Aber ich meine, jemand, der so einen Namen hat, der muss unsterblich sein. Der ist bestimmt öfter mal wegen dem Namen schon allein irgendwo angeeckt, nenne ich jetzt mal. Mal gucken, wie es hier so weiterläuft mit mir und Okotok. Warum war ich da jetzt eigentlich? Achso, ja, ich hab' diese Wurzeln gesammelt, weil die Pferde heilt von der, von dem Gift, was da ausgeschüttet wird. Ja, in der Holzfabrik. Ich bin doch schon da. Schön mal. Mission gewonnen. Lisa, endlich! Wir haben uns schon solche Sorgen gemacht. Ja. Fast hätten wir eine üble Begegnung gehabt. Hier, die Wurzeln. Was heißt denn fast? Ausgezeichnet. Hoffen wir mal, dass die reichen. Dr. Metzger. Vielen Dank.